Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin fahren wir? Vielleicht stellen Sie sich Henn am einfachsten als ein äußerst dynamisches System vor. Bewegung ist unser Element und Neugier unser Antrieb. Permanent forschen und entwickeln wir. Die Folge sind über 100% und Millionen zufriedener Kunden, die von unseren Erfindungen gar nichts bemerken. Unsere revolutionären Kupplungen für Ladeluft- und Kühlwassersysteme sind in beinahe allen Autos der Welt zu finden. Ein kleines Stückchen Hochtechnologie, mit dem jährlich Millionen neue Autos ausgestattet werden. Ohne Kraftaufwand zu montieren und enorm zuverlässig im Dauereinsatz. Kupplung und Verpressung kommen aus einer Hand. So lässt sich das gesamte System überwachen. Jede Kupplung ist einzeln nachverfolgbar, bis zum Auto in das sie verbaut wurde. Die Produktion läuft ebenso vollautomatisch wie die Prüfung. Auf Herz und Nieren getestet, mit TÜV-Siegel. Von unserem Standort in Österreich aus haben wir Verbindungen mit Automobilwerken in der ganzen Welt aufgebaut. Deutschland, Frankreich, USA, Japan, Korea, China, Brasil. Unsere neueste Entwicklung ist der HC-Resonator für den Ladeluftkreislauf. Er wirkt als Schalldämpfer gegen unerwünschte Geräusche. Gelenkt wird das dynamische Unternehmen von einem jungen Team, das seit 2011 das Steuer des 1990 gegründeten Unternehmens in der Hand hat. Im letzten Jahr haben wir mehr als 30 Millionen Kupplungen verkauft. Das Umsatzwachstum liegt deutlich über dem Gesamtmarkt. Unser Qualitätssicherungsprogramm, das Zuverlässigkeit zur obersten Priorität erklärt, zahlt sich aus. Auf die Straße bringt TEN diese Power mit einem Team das Innovationsgeist mit Erfahrung verknüpft. 2013 wurden wir für all das als Nischenweltmeister ausgezeichnet. Diese Position wollen wir zügig weiter ausbauen. HEN Connecting Competence B K K K K K K K Untertitelung des ZDF, 2020